Anpassung der Tiere an die tropischen Regenwälder Die tropische Region hat ein heißes und feuchtes Klima, das eine große Vielfalt an Pflanzen und Tieren beheimatet. Zu den wichtigsten Tieren, die im Regenwald vorkommen, gehören Affen, Menschenaffen, Gorillas, Tiger, Elefanten, Leoparden, Eidechsen, Schlangen, Vögel und Insekten. Wow, das sind viele verschiedene Tiere. Wie passen sie sich an das heiße und feuchte Klima an? Gute Frage. Viele dieser Tiere haben einzigartige Anpassungen entwickelt, um in der Regenwaldumgebung zu überleben. Rotaugenfrasche haben beispielsweise klebrige Polster an den Füßen, die ihnen beim Klettern auf Bäume helfen. Und Affen haben lange Schwänze und spezielle Hände und Füße, um sich leicht durch die Äste bewegen zu können. Das ist wirklich interessant. Was ist mit den Vögelen und Großkatzen? Nun, einige Vögel wie der Tukan haben große, spezielle Schnäbel, mit denen sie Früchte auf Ästen erreichen können, die zu schwach sind, um ihr Gewicht zu tragen. Und Großkatzen wie Löwen und Tiger haben eine dicke Haut und ein empfindliches Gehör, das sie vor Raubtieren schützt. Faszinierend! Und was ist mit den Tieren, die in den indischen Regenwäldern leben, wie den Bartaffen und den Elefanten? Tolle Beobachtung! Der Bartaffen, auch Bartaffe genannt, ist ein geschickter Kletterer, der die meiste Zeit auf Bäumen verbringt und sich von Früchten, Samen und Insekten ernährt. Und der Elefant hat sich auf bemerkenswerte Weise angepasst. Er nutzt seinen Rüssel als empfindliche Nase und seine Stoßzähne, um Rinde von Bäumen zu reißen, die er gerne frisst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017